Erstes Training für Andreas Ludwig an der Grünwalder Straße. Der dritte Neuzugang der Löwen unterschrieb am Mittwochmittag den Vertrag bei 1860. Schon am Nachmittag trainierte er mit seiner neuen Mannschaft. Der 23-Jährige kommt aus der zweiten Mannschaft von 1899 Hoffenheim und hatte auch einige Einsätze in der ersten Mannschaft. Friedhelm Funkel fand während des Löwentestspiels in Hoffenheim vor einigen Wochen Gefallen an Ludwig. Die Transferaktivitäten bei den Löwen sind wohl noch nicht beendet. Möglicherweise planen die 60 Bosse noch einen vierten Neuzugang.